Den habe ich ja noch nie gesehen. Ist hier einfach eine Stange, kann ich mit dem sprechen? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Die habe ich ja noch nie gesehen. Wieso bin ich so schwer? Große Last? Mittlere Last? Die habe ich ja noch nie gesehen. Und was mit dem? Wieso mögen denn alle den Raikard nicht? Wer ist das? Gefühlt kenne ich hier gar keinen mehr. Aber wo ist Ria? Wo ist Ria, die immer hier war? Briefe an Bernal. Was sagt die dazu? Zorayas Gestalt? Was? Ach, das war Ria? Ria ist Zoraya. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt weiter mit den Auftragsmorden. Der eine ist da oben, den hasse ich. So, Juno Horstlow. Let's go. Toll, der kann sich heilen. Oh ja. Das macht Spaß. Die Waffe ist nice. Marlenia Sand, holt sie euch. Okay. Zurück zu Hause, Vulcan. Oder kommt jetzt direkt der andere? Ich glaube, der rote Bericht war für, äh, gegen Raikard. Da wird man Raikard besiegt. Kame, der Räuber. Okay, den werde ich aber jetzt nicht direkt besiegen. Sondern ich gehe jetzt nochmal zurück. Dann gibt es ja eine Gnade, glaube ich. Den mache ich mal an, dann gehe ich nochmal zurück. Und spreche nochmal mit Zoraya. Okay, jetzt mal kurz nochmal zur Zoraya. Da, jetzt ist sie wieder so. Okay. Schlangen Amion überreichen. Okay. Ich reloade mal. Ich wusste, jetzt ist sie weg. Wusste jetzt? Also anscheinend ist Ria jetzt hier, hier muss ich den Aufzug nehmen und dann vorzeitig abspringen. Ich sehe gerade da, ich sehe gar nichts. Kann man mal Licht anmachen. Ja, ist da. Und dann vorzeitig, ähm, abspringen. Hier ist irgendwo so eine. Da. Hier geht's rein. Na, der Typ ist oben. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hier ist noch ein Steinschloss. Jetzt hier raus. Okay. Hier ist er. Oh. Okay, die will jetzt, dass wir sie töten. Also, so wie ich das verstehe, können wir die jetzt töten oder nicht. Und, ähm, weil ich keinen Bock habe, hier später nochmal hinzulatschen, würde ich die jetzt einfach umbringen. Und dann kriegen wir den Dedikas Kummer. Und das ist ein witziger, ähm, Talisman, denn der macht, dass ihr mehr Schaden erleidet. Minus. Seht ihr das? Minus 45. Oh. Ja. Da habt ihr doch bestimmt mega Bock drauf, oder? Also, wer sagt, äh, hier, Elden Ring ist zu leicht, dann benutzt man hier den Talisman, dann wird es witzig.